The Stanley Parable 6 Die Rache der Eiscreme Und damit gehört etwas genau und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich dachte, das steht jetzt hier Schade The Stanley Parable 2 Ultra Deluxe I don't know Und ja Ich hab gesagt, ist fertig Ist aber noch nicht fertig Ich dachte, das ist jetzt irgendwie so Weiß ich nicht, bisschen spannend, dass da jetzt immer der Titel oder so steht So wie beim letzten Mal, falls ihr die letzte Folge verpasst habt Da haben wir das Spiel offiziell durchgespielt Und genau Also was heißt offiziell Also Wir haben das Ende erreicht Hier ist schon eines dieser 500.000 verschiedenen Und Ich hab ein bisschen wieder einen Hinweis von OctoFluffy bekommen, schöne Grüße an dich Der gesagt hat Ja, es gibt Noch 20.000 weitere Enden Die man mit Eimer und ohne Eimer erreichen kann Und Such das ganz kurz raus Also was heißt Such das ganz kurz raus Ich hab Screenshot von gemacht, damit ich vorbereitet bin Hier Hi, du bist tatsächlich noch nicht ganz durch Etwas fehlt noch Allerdings muss das Spiel neu starten Genau Noch etwas zu den ganzen Ending Cells Fast jedes hat auch mit dem Das du mit dem Eimer machen kannst Kannst du auch ohne den Eimer machen So ungefähr Kurz Ich glaub wir skapten das, wir kennen das Oh There we go Wir nehmen den Eimer Und Gehen zum neuen Content Will immer noch nach da hinten Keine Ahnung was das heißt Wir gehen mal hin Denn jetzt haben wir schon den Eimer Den wir eigentlich erst Durch den neuen Content bekommen Das bedeutet Ja Ich hab keine Ahnung Genau Ja 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 so ungefähr Mir ist aufgefallen Dieses ganze Ultra Deluxe Zeug Was man freischaltet Ist mehr als ich eigentlich dachte Ich hab mit der Hälfte gerechnet Aber es gibt anscheinend doppelt so viele Endings Wie ich denke, dass es sie gibt Ich hab keine genaue Zahl im Kopf Aber ich dachte halt so Ah, 100 Stück oder so Ist einfach tausendmal mehr Ja Ja Ja, aber ich hab den Eimer zum Beispiel schon Den wir eigentlich erst jetzt vorgestellt bekommen sollten Ja Ja, hast du aber Aber das sollte jetzt alles anders sein All right All right Let's see it's The jump circle Ja Der immer noch nicht funktioniert Ich würde so gerne meine Sprünge wieder haben Tatsächlich Aber ja Fahren wir mal nach oben Ja Aber das war gut Das war gut Das Ganze Ja Ich erinnere mich Nicht daran Hier lang gelaufen zu sein Das sieht irgendwie neu aus Aber ich glaube nicht Thank you for enjoying new content Wie cool Wir können auch durch Der Eimer war die beste Investition Die du gemacht hast In Stanley Parable 2 Der Eimer Er muss gar kein Meme sein Er ist halt einfach eine echte Person So Er ist halt Man braucht ihn einfach Ja Du kannst dich freuen Ey, du hast ein super Spiel hingelegt Das ist die Stanley Parable Das ist die Stanley Parable 50 Millionen Klicks Das geht von allein auf Er sagt diesmal nichts Ha Sass Oder kommen wir jetzt zum Ich lasse es einfach mal ungeschnitten Er redet nämlich nicht mit uns Das ist die Stanley Parable 2 Das ist die Stanley Parable 2 Ich habe das schon gehört, ich habe den Eimer. Tatsächlich habe ich mir kurzer Deep Talk. Ich glaube, das Spiel ist mittlerweile so, dass man Deep Talken kann währenddessen. Und zwar, ich habe mir mal Gedanken gemacht über das Stanley Parable 2. Und ich bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass ich keinen zweiten Teil möchte. Ich fände Ultra Deluxe Version 2, also mit noch mehr Endings besser, aber kein komplett neues Spiel. Nein, tatsächlich nicht. Ich finde, mehr Endings in dem Spiel, ja, komplett neues Spiel, nee, brauchen wir nicht. Was passiert, wenn wir mit dem Eimer zum Eimer gehen? Oh, der neue Content Bus, er ist ja schon da. Er hat uns erwartet. Ich habe nicht gehört, was genau das Stanley Parable 2 wird sein. Aber wir schauen uns mal an die Features, die ich für ihn entwickeln habe. Ich finde, dass ich, wenn ich ein paar interessanten Konzepte organisieren kann, dann wird sicherlich das Spiel natürlich um sie herum springen. Hier sind wir. Geh auf, probiere mal die neue Features. Ja, mach ich. Ich hole mir den Eimer. Den ich schon in der Hand halte, aber... Wir kriegen zwei? Wir kriegen zwei? Ja. Beide Eimer sind weg. Ich werde dir niemals verzeihen. Du hast gerade den einzigen schwaren Eimer kaputt gemacht. Wir starten neu. Wir gehen da nochmal rein. Ähm. Aber diesmal gehen wir zum endendlichen Loch. Mit dem Eimer. Und nicht zum Eimer, Eimer direkt. Jetzt geht es hier direkt schon zur Expo-Halle. Da will ich nämlich auch hin. Verlegt die ganze Zeit. Klar, wir haben einige Endings nicht gemacht. Eben dieses vier Stunden lang auf diesem Knopf rumdrücken. Das Ending mit dem, in den, ins Office rein und wieder raus. Und dann zurück kann man auch mit dem Eimer machen. Das ist irgendwie so eine traurige Szene. Ich weiß es nicht. Ich hab dem Typen nicht genau zu... Ich hab Minecraft gespielt und im Hintergrund einfach, äh, Endings angehört. Ähm, wo mir erklärt wird, wo ich die finde. Und der meinte, ja, da findest du so ein richtig trauriges Ending dann mit dem Eimer und keine Ahnung. Vielleicht machen wir das nachher noch. Mal gucken. Ich weiß doch nicht ganz, wie ich mein Mikrofon jetzt platzieren soll nach dem Urlaub. Keine Ahnung, bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Ist es bei dem Stuhl zu weit unten? Ja, das ist Stanley Parable 2. Wir kennen das Ganze. Wir laufen hier straight up durch. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. But let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure, that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Mach ich. Und zwar als erstes gehen wir zum Infinite Hole. Weil das einfach for real mein Lieblingsending ist. Ähm, ich hab das Spiel gespielt zwischendurch. Ähm, ich gestehe. Hier gibt's jetzt auch keine Dings mehr. Ähm, und die Achievement-Maschine gibt dir ein Test-Achievement. For real. Okay, jetzt nicht mehr. Und zwar, ähm, gibt's dafür ein Achievement mit dieser... In Minecraft, wenn etwas keine Textur hat, diese schwarz-lila Dinger. Das war unten rechts in der Ecke und dann stand da Test-Achievement. Ja. Ähm, ich hab das Hole schon gesehen. Und da gehen wir jetzt mal mit dem Eimer rein, weil das ist eine neue Erfahrung. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. Genau. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for, you see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport-button to pop back up to the top and we can continue. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Ja, ich spring nochmal runter. Vielleicht kommt jetzt ein anderer Dialog. Okay, and I guess we're back in the hole now. Did you really need to see it again? I don't know what else there is to say, Stanley. It's an infinite hole. Es ist ja nicht infinite, das wissen wir ja. It's exactly what you're doing right now, but forever. There really are so many other fascinating exhibits that I prepared for you. I really spend quite a lot of time on all this. And I would very much like to show you something more. Ich kenn das alles schon tatsächlich. How about we go ahead and press that teleport-button again, so we can get back to what's really important about... Oh, goodness. Well, this is rather embarrassing. Ja, so viel dazu. I'll be honest with you. I truly did not believe that anyone would actually stay in the hole long enough to hit the bottom. Was heißt denn long enough? I told you the hole was infinite, but come on. Who actually wants to fall forever? The hole was plenty deep. It was more than deep enough, in my opinion. Maybe it's you, who likes falling too much. Maybe you're the problem. Look, the thing's got a little heated there. Da steht irgendwas vom Pause-Button. Das ist Roman Nummeral 2. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport-button to warp up to the top of the hole and we can move on. Oh, for heaven. Da bin ich ja wieder reingefallen. Ich hoffe, der Eimer ist jetzt noch ein bisschen mehr da. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yet that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you own. No, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help with feeling like there's a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that non-infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport-button and come and bring me up a path. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. And I've had enough of the... Gosh, how could I guess you're back in the hole? If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yeah, it's been shorter. Aber das ist so... Ey, dieser Stuhl. Wenn ich... Wenn ich nach hinten gehe, dann wieder nach vorne. Schaut euch an. Mach meine Hände hoch. Weiß ich, ob das auch... Aber... Seht ihr das, wie ich immer tiefer gehe? Ich habe, wo sie vor ist. Und ist der Wahnsinn. Here. Let's try something. Der Stuhl ist so Müll. Dieser Stuhl ist so Müll. Ja. Ich wollte gar nicht rein. Ich weiß, dass du mit Hosen beschäftigt hast, aber in dieser Atmosphäre... Ich kann es einfach nicht sehen, dass ich das schrauben kann. Oh. Wer bin ich, die ich zu beantworten? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich ein Eimer-Ending sehen. Tatsächlich nicht. Aber Stanley ist halt auch ein bisschen blöd, dass er sich da nicht einfach hochziehen kann. Also jetzt mal for real. Töne. Töne. Töne wieder. Tschüss! Ist das Ending jetzt wenigstens ein bisschen anders? Oder schlafen wir einfach wieder ein? Boah, das dauert doch jetzt wieder 20 Jahre, bis ich unten bin, oder nicht? Ähm, ja, dann fahren wir jetzt mal runter und hoffen, das Ganze verändert sich hier ein bisschen. Ich weiß es nicht. Wir haben auch eigentlich schon wieder die Zeit von der Folge erreicht, aber die Folgen hier werden auf jeden Fall jetzt länger gehen, weil wir einfach mehr zu erkunden haben als normalerweise. Der Eimer ist dabei. Oh yeah! Das ist zu Maxima, Kirst. Das ist tatsächlich ein guter Zeichens-Trip. Maximal Cursed. Wobei, er ist halt nicht besser. Wobei! Stanley! 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 Oh nah! Oh! Huh? Oh! Nein, dann bin ich nicht. Okay, ich dachte gerade, wir hätten die Chance nochmal einen anderen Traum zu erleben, aber scheinbar nicht. Nee, ich war jetzt gar nichts mehr out. Geh jetzt. Vielleicht gibt es auch irgendwie was in den Dialog, wenn wir uns gar nichts anschauen und von Anfang an direkt einfach gehen. Ich bin nicht ready weiterzumachen, aber wir machen mal weiter. Okay, ich erinnere mich fast gar nicht mehr daran. Ich bin nicht klar, wie genau diese Features zusammenkommen. Echt mit einem Secret oder so. In diesen sehr hochauflösenden Pflanzen. Die Test. Die Sass. Das ist das Stanley Parable 2. Da ist ein Collectible. Wir haben noch 36 Sprünge. Mit Epilog. Kommt jetzt wieder so ein Müll? Das sieht halt immer mehr kaputt aus. Ja, was? Da steht irgendwas drauf. Ich gucke im Schnitt rein und blende euch dann hier ein, was da genau steht. Wenn ich dran denke. Verbleibende irgendwas stand da drauf. Ja. 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 Und... Titelscreen. Dann lasst es mich nochmal ganz kurz neu starten. Und lasst uns dann ganz kurz den neuen Screen anschauen. Ich dachte, weil ich habe das bei anderen gesehen, ja, dass da immer, dass dann bei denen immer alles da, direkt da stand. Und deswegen dachte ich, dass das bei uns hier vielleicht same ist, dann die Parable 7. Stanley... Versus Panflöten. Da sehe ich mich. Der neue Banger. Wir haben doch, wir haben den Epilog. Wir starten das Spiel und diesmal machen wir mit dem Eimer dieses Vorwärts-Zurücklauf-Ending da. Ähm. Ich dachte, der Titelscreen wird mit angezeigt. Ähm. So wurde mir das auch suggeriert. Aber ist nicht so. Okto-Fluffy, was haben sie dazu zu sagen? Diesmal machen wir auch keinen neuen Content. Wir gehen direkt weiter. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ja, hatte ich vor. Wollt sowieso noch... Ähm. ...in dem Ending, in dem dieser komplett orangenen Raum auftaucht. Was würde da passieren, wenn wir nicht in den orangenen Raum gehen, sondern in die normalen Türen? Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge dann mal an. Ich lasse die... ...bestimmt sehr interesting. Ja. Ja. Und jetzt haben wir den Eimer mit dabei und hier sollte sich das Ending anscheinend verändern. Don't ask me, it should. Und das ist voll traurig anscheinend. In der nächsten Folge schauen wir uns dann das Ending an. Also, das sind ja wahrscheinlich wieder mehrere. Und ich lasse die Folgen jetzt auch ungeschnitten, weil... ...es immer wieder ein paar Secrets gibt, die er sagt anscheinend, auf die man achten kann. ...die immer so kleine Sachen am Spiel verändern. Während man durchspielt, ein einzelnes Wort, was er vertauscht oder sonst irgendwie sowas. Habe ich erfahren. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich sehe so viel. You are now leaving. Dann lass es mal hochgehen. Ich glaube, das ist extrem langweilig zum Zugucken. Sag dir hier was, dann schneide ich das wirklich. ... Schaut euch mal diese Buggy-Textur hier an, von dem Rohr. Das verschwindet hier rechts einfach. Lol. Ist mir gerade so random aufgefallen. Ich frage mich, ob man vielleicht auch irgendwie hier runter kann. Wissen tue ich es natürlich nicht, aber wäre bestimmt cool, mal zu wissen, was da unten ist. Gibt bestimmt irgendwelche Models, die es haben. Ich glaube, jetzt wieder Escape-Pod-Ending. Ja. Genau, und anscheinend gibt es da, weil wir den Eimer haben, gibt es ein anderes Ending. Und das ist mega traurig. Ich finde das bis jetzt schön, er streichelt den Eimer. Und da zieht er von dannen der Eimer. Und das war's. Wenn euch die heutige Episode von The Stanley Parable 2 Ultra Deluxe Content Stanley Parable, Parable Stanley, wow, gefallen hat, zeigt das doch gerne mit einer positiven Wertung. Und ich bin mir sicher, dann schaltet ihr doch beim nächsten Mal ein, wenn wir noch ein paar neue Endings austesten. Bis dann und ciao, ciao, Leute!